servus und herzlich willkommen zum footballmanager 2018 ja es ist jetzt einiges passiert ihr seht am datum wir befinden uns jetzt mittlerweile am 9 juli 2018 ja das liegt daran wir wurden hier vom club freigestellt im letzten part und ja war dann auf jobsuche hatte eigentlich auch da ein video aufgenommen nachdem sich das doch ein doch ein wenig länger hingezogen hat habe ich beschlossen auf diesen part zu verzichten und ja es hat jetzt eine ganze weile gedauert einen job zu finden hatte ein paar angebote aus der sechsten englischen liga sogar zwei angebote auch aus der zweiten bundesliga von au von düsseldorf hat alles nicht geklappt ich denke die schwierigkeit liegt einfach daran dass ich ja ohne fußballerfahrung ohne trainerlizenz gestartet bin auch beim club jetzt nicht so erfolgreich waren dementsprechend mich eigentlich nicht wirklich irgendein club haben wollte deswegen hat sich das doch recht in die länge gezogen habe jetzt aber letztendlich doch einen neuen club gefunden und wir beginnen jetzt quasi in der saison vorbereitung zur neuen saison 2018 2019 das heißt ich werde diesen save jetzt erstmal noch fortsetzen ja ich bin mir jetzt noch nicht so sicher wie lange ich das noch macht diesen save ich schaue jetzt einfach mal wie das läuft und ich habe mir überlegt dass ich vielleicht so im mai ja ungefähr mai dann vielleicht an 19 mache wird vielleicht auch auf dem meister trainer mal so eine art abstimmung machen was für ein projekt ich machen soll ja das ist so meine idee bisher um dann so langsam auch auf den football manager 2009 10 einzustimmen der voraussichtlich im november diesen jahres erscheint das erste mal auch in deutschland und ja so lange werde ich jetzt diesen safe erstmal fortführen ja mal schauen wie da die resonanz ist da wir jetzt nicht mehr im profi bereich sind so viel kann ich schon mal verraten wir also ich befinde mich nach wie vor in deutschland und zwar in der untersten liga die ich eingestellt habe das heißt das ist die vierte liga die regionalliga auch hier hatte ich einige gespräche hier und da und habe jetzt ein verein gefunden der frisch aufgestiegen ist in die regionalliga west es ist ein traditionsverein und ja er also wie gesagt sind ausgestiegen in die regionalliga west aus der oberliga westfalen und haben dort auch den westfalenpokal gewonnen das heißt wir sind demzufolge auch im dfp pokal glücklicherweise sogar vertreten als viertligist ist eigentlich eine ganz schöne sache und auch interessant so ja um welchen verein handelt es sich jetzt das werde ich euch jetzt mal enthüllen wir sind gelandet beim ein sportfreunde siegen genau ich habe jetzt beschlossen diesen safe deswegen vorzuführen weil es immer ganz spannend finde dann mal zu schauen wo es ein hin verschlägt in dem fall ist ein verein der mir so gar nichts sagt auch überhaupt die regionalliga west verfolge ich eigentlich überhaupt nicht und deswegen ist es ganz interessant dass man sich da einfach mal auf neues terrain begibt und hat vielleicht auch ein bisschen neue sachen lernt ja ein kleiner nachteil den ich jetzt hier schon entdeckt habe ist dass ich ja noch mit einem alten datenbank feier arbeitet das heißt die regionalliga und natürlich erst recht nicht die oberliga die oberliga sind jetzt mit allen original spielern versehen ich denke das macht jetzt aber an der stelle erstmal nichts ich kenne den verein eh nicht als dass ich die spieler kennen würde sie zwar trotzdem ein bisschen schade weil es eben halt nicht original ist aber ich denke für ein let's play ist es trotzdem okay und ich finde das projekt jetzt an sich als solches doch echt spannend weil eben ja wenn die sportfreunde siegen wie gesagt ein traditionsverein wir schauen uns den vor einmal eben an 1899 gegründet waren auch 2005 2006 in der zweiten bundesliga sind dann abgestiegen in die regionalliga weiter abgestiegen in die oberliga hatten auch finanzielle probleme sind auch insolvenz gegangen in die insolvenz gegangen ich meine ich hätte jetzt irgendwo gelesen dass sie auch momentan so ein bisschen finanziell angeschlagen sind und naja also ziehe ist auf jeden fall wir sind frisch aufgestiegen dass wir natürlich die klasse halten ja das ist so jetzt erstmal das erste und dass wir uns hier sozusagen in diesem save die spuren verdienen das heißt im beim club im profi bereich hat sie eben nicht funktioniert in der relativ schnell entlassen worden und schauen jetzt dass wir uns vielleicht ein bisschen nach oben arbeiten können je nachdem wie lange der save jetzt dass ich den weiterführe aber dass wir uns jetzt hier ein bisschen etablieren und dann vielleicht irgendwann entweder ein besseres jobangebot bekommen oder aber eben bei diesem verein bleiben ja also dass wir die herausforderung jetzt hier frisch aufgestiegener regionalligist sportfreunde siegen und ja bin jetzt also eben frisch angekommen wir sind wie gesagt jetzt in der saisonvorbereitung werden natürlich erstmal willkommen geheißen wie was beim club eben auch schon hatten und wollen da jetzt erstmal natürlich ein meeting haben und möchte natürlich auch die vereinsgeschichte kennen und pressekonferenz machen natürlich auch so ihr seht schon ich hatte mich auch zum beispiel hier beworben beim fc market die haben natürlich jetzt auch in gebäude zurückgezogen so also hier noch mal eine zusammenfassung über die sportfreunde siegen genau haben wie gesagt den westfalenpokal jetzt gewonnen 2018 hier in dem spiel und genau waren wie gesagt auch schon mal zweitklassig zumindest für eine saison und wie gesagt ein traditionsverein also ganz interessant so ja haben wir jetzt auch noch die trikots besorgt da ich die noch nicht drin hatte als oberligisten damit man jetzt zumindest ein bisschen was an originalität drin hat ok so zur mannschaft wie gesagt einige spieler ich glaube hier der rio kamen ichi den gibt es tatsächlich der spielt auch bei sport von bei den sportfreunden siegen andere spieler also natürlich schon gewechselt weil wir jetzt schon der zweiten saison sind und es gibt auch einige spieler die keine ahnung also viele junge spieler eben auch die wahrscheinlich neu generiert worden sind vom spiel auch wir haben jetzt auch schon in wenigen tagen das erste test spiel gegen den sc freiburg und können da jetzt schon mal ein bisschen ausloden wie die mannschaft so drauf ist stellen jetzt mal eben ein bisschen training ein natürlich erstmal ein bisschen fitness training für den anfang dann hier machen wir ein ausgeglichenes training spiel vorbereitung das war ein bisschen spiel taktik gegen freiburg für spiel taktik erstmal das ist so der wesentliche fokus ich bin dann noch gegen bamberg gegen thornhut ok und gegen hat das viel taun das ist recht interessant und haben dann das erste spiel aus jetzt gegen rotweiß oberhausen so also es ist auf jeden fall schon mal schön dass man die ganzen logos drin hat wie gesagt auch nicht diese künstlichen bisschen schade dass wir jetzt halt nicht die original spieler drin haben aber ich denke für den safe ist das jetzt alle mal okay so das wäre jetzt erstmal der anfang haben wir erstmal die ersten trainingseinstellungen gemacht und gehen dann jetzt erstmal weiter gehen in unsere zweite saison als cheftrainer so die saisonerwartung ist natürlich der kampf gegen den abstieg das heißt wir wollen auf jeden fall die klasse halten in der ersten saison und eine mannschaft aufbauen die vielleicht in der nächsten saison schon ein bisschen wettbewerbsfähig ist so genau wir sind im dfb pokal dabei da werden wir mal schauen wie wir uns das schlagen im westfalen pokal sollen wir das achtel finale erreichen das sind so die ziele für dieses jahr ich denke da können wir jetzt erstmal nicht so viel falsch machen dass wir schon wieder raus geschmissen werden so aber unsere ziele aber meine ziele sind natürlich höher ich möchte natürlich über kurz oder lang erfolg auch haben ob bei diesem verein oder vielleicht auch wieder bei einem anderen verein wird sich zeigen so aber wie gesagt die saison mache ich jetzt erstmal und dann werde ich mal schauen ob es sich lohnt vorzusetzen oder ob ich einen neuen save anfangen wie auch immer auch je nachdem wie das interesse auch an dem safe ist okay so unsere allererste pressekonferenz beim neuen verein und genau wir sagen jetzt erstmal leidenschaftlich wir haben vertrauen in meine fähigkeiten welche taktik werden wir machen wir werden wahrscheinlich als also als verein der gegen den abstieg kämpft eher defensiv was machen wir mal schauen was wir von karte haben genau ich habe jetzt eh noch nicht viel von den spielern gesehen deswegen halte ich mich da erstmal zurück mit dem urteil ja ich gehe sicherlich einen schritt zurück weil wir ja von der zweiten liga kommen ich möchte nicht auf dem level bleiben der verein aber sicher auch nicht aber ich stelle mich jetzt erstmal vor den verein das kommt glaube ich ganz gut auch bei den fans vielleicht ganz gut nein ich werde keine mitarbeiter vom klub weg lotsen können hierher aber ich sage jetzt mal ich möchte dass man die mitarbeiter hier kennenlernen und auf welchen wettbewerb konzentrieren wir uns wir konzentrieren uns auf die liga wir wollen natürlich die klasse halten welchen teil wir verstehen wir kennen den karte ja noch gar nicht deswegen sage ich da auch nichts dazu so also ich bin auf jeden fall sehr gespannt auf dieses projekt und wie gesagt sportfreunde siegen ist auf jeden fall ein verein den ich mir als solches nie von selbst ausgesucht hätte deswegen ist so eine arbeitslosigkeit auch immer ganz interessant weil man da komplett neue projekte für sich entdeckt und in diesem fall war dies der fall ja so es waren noch meine alten bewerbungen hier natürlich jetzt alle ins leere laufen aber wir haben jetzt einen neuen job und wollen uns jetzt so langsam aber sicher einen namen machen in diesem safe also wir müssen die spieler registrieren da haben wir jetzt werden wir relativ kleinen kader okay also wir finanziell stehen wir jetzt auch nicht so toll da also es schauen wir mal auf die prognose prognose sieht jetzt erst mal gar nicht so schlecht aus finanzielle lage okay schauen wir mal wie sich das in den nächsten monaten entwickelt wie gesagt momentan meine ich haben die auch ein bisschen finanzielle probleme die sportfreunde siegen haben immerhin 10.000 also 11.000 euro gehaltsbudget das ist recht ordentlich denke ich für den regionalligisten legen also auf jeden fall drunter haben da also noch ein bisschen spielraum was zu machen und so wir lassen jetzt erstmal das erste test spiel einfach auf uns zu kommen damit wir eine idee davon bekommen und damit ich eine idee davon bekomme wie wird die saison am besten angehen können so okay ich weiß zwar nicht wer das in die welt gesetzt hat aber offenbar sind wir an einem spieler interessiert okay dieser vogels liegt jetzt erstmal auf dem allerersten spiel und mit erstmal die mannschaften eindruckt zu bekommen die meisterschafts quoten also wir sind auf dem 17 platz aktuell prognostiziert das heißt es wird eine relativ harte saison und damit auch eine sehr sehr große herausforderung aber da freue ich mich eigentlich schon drauf weil das wirklich ein verein ist bei diesem spielstand den wir von ganz unten aufbauen können genau genau aufstiegsfavorit ist jetzt Borussia Mönchengladbach 2 das sind jetzt sowieso einige Zweitliga-Zweitmannschaftsvertretungen also auch Köln war doch nicht so viel ja eigentlich nur Diva ne Gladbach und Köln okay Fortuna Düsseldorf noch zweite gut also ich bin sehr gespannt auf die Saison und mal schauen was da so auf mich zukommt so müsste es dann gleich soweit sein dass wir uns schon in das erste Vorbereitungsspiel begeben können die Rückennummern das ist mir momentan ehrlich gesagt relativ egal wer welche Nummer hat mache ich jetzt einfach mal irgendwie äh ich finde nochmal abgeben ja so dann machen wir jetzt ähm noch einen kleinen Taktikentwurf wie ich mir das ganze vorstelle für die Saison und ja ok so jetzt sind wir schon bei der Spielvorschau also es geht gegen SC Freiburg 2 im ersten Vorbereitungsspiel und ja wie gesagt ich möchte jetzt erstmal eine Taktik haben die relativ defensiv ist und dann müssen wir erstmal schauen wie weit das Spielermaterial überhaupt da ist wir brauchen auf jeden Fall ähm fangen wir mit einem 4-4-2 erstmal vielleicht an erstmal als Standard Taktik und die werden wir dann nach und nach etwas defensiver einstellen würde ich sagen genau genau also für diejenigen die jetzt vielleicht neu dabei sind kann ich jetzt hier nochmal ein paar Sachen zeigen das heißt als erstes haben wir natürlich einen Torhüter das heißt man kann hier Spiele aufstellen auf diesen Pfeil gehen und haben wir jetzt zwei hier zur Auswahl ich bin gerade ein wenig am schauen dass wir hier überhaupt gar keine Einschätzung bekommen hm da muss man kurz mal bei den Mitarbeitern schauen muss man ah ja oje 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 also wir müssen hier einiges tun bei diesem Verein einiges also das hatte ich ja das ist ja noch totale Premiere das hatte ich ja noch nie also wir haben überhaupt keine Mitarbeiter ähm mag jetzt auch daran liegen dass das halt ein Oberligist ist und eigentlich in dem Spiel halt natürlich also der läuft ja normalerweise vom Computer das ist jetzt nicht eingestellt dass der Mitarbeiter haben muss da müssen wir uns jetzt erstmal drum kümmern dann demnächst dass wir da Mitarbeiter einstellen hm okay gut das heißt wir müssen uns die Taktik jetzt ein bisschen aus den Fingern saugen sozusagen weil wir überhaupt keine Ahnung davon haben wer jetzt da überhaupt geeignet ist für die jeweilige Position gut der stellt sich von allein auf da haben wir nur einen ich kann da jetzt eigentlich erstmal nur nach Gefühl aufstellen weil ich hier überhaupt keine ähm ja Ahnung habe wer sich jetzt eignet also normalerweise bekommt man eben hier angezeigt von der Wertung her durch den Co-Trainer wie die eingeschätzt werden im Vergleich zum Rest der Mannschaft kann mal schauen aber vermutlich ja ich habe gar keinen Co-Trainer also ähm ja also ich mache jetzt mal einfach hier wir fangen mit dem 442 an machen jetzt hier mal eine erste Aufstellung einfach so frei nach Schnauze jetzt mal salopp formuliert weil ich jetzt hier wirklich keine Ahnung habe wen ich da aufstellen soll und so damit wir jetzt zumindest erstmal eine erste Aufstellung haben mit der wir arbeiten können also der ist verletzt okay ähm so wir sehen jetzt schon mal als allererstes dass hier das Feld komplett rot ist weil er einfach die Rolle nicht kann das wird eine interessante Herausforderung genau also wir brauchen auf jeden Fall mal Assistenztrainer weil sonst ähm ähm werden wir hier kein Land sehen gut ähm so das heißt wir haben jetzt erstmal eine erste Grundaufstellung die ist jetzt sicherlich alles andere als perfekt ähm aber wir haben hier sehr 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 viel Arbeit vor uns also das wird eine sehr spannende Aufgabe und ich bin mal sehr gespannt ob das überhaupt ansatzweise funktioniert aber es wird auf jeden Fall eine harte Saison gut also wir können diesen Verein jetzt sozusagen frei nach unseren Wünschen gestalten weil wir noch nicht mal Mitarbeiter haben in irgendeiner Form relativ wenig Spieler haben aber zumindest noch eine U19 da werden wir dann auch nochmal schauen ähm aber das meiste wird eben jetzt hier Computer generiert sein in dem Moment ähm was ich jetzt aber gar nicht mal so schlimm finde ich denke das kann man schon irgendwie entwickeln diesen Verein trotzdem gut gut ähm ich beende jetzt den ersten Part erstmal bei diesem neuen Verein an der Stelle und wir werden uns im nächsten Part ähm um die zu diesem Projekt zu diesem Projekt mit Sportfreunde siegen ob ihr es für sinnvoll haltet oder ob ihr sagt ach komm Mensch mach doch ein neues Let's Play fang von vorne an und ähm ja ich fände es ganz interessant weiterzumachen aber genau lasst doch einfach mal eure Meinung dazu hören und vielleicht seid ihr beim den nächsten Part wieder dabei bis dahin ich sag tschau tschau und man sieht sich durch der Tschau ein die zwei die 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 Vielen Dank.